Wir haben hier das MSI WinPad B100, das ist in Deutschland schon erhältlich für ungefähr 600€, 10-Zoll-Display-Kapazität bei Touchscreen-Auflösung 1420x600px, hier drin haben wir einen Intel Atom Z530-Prozessor 156GHz, sowie 1GB RAM und eine 32GB SSD. Wir gehen mal um das Tablet herum, wir haben hier einen Kopfhörerausgang, HDMI-Ausgang, SD-Karten-Slot, hier haben wir einen Anschluss für eine Dokumentation, SIM-Karten-Slot für das UMD-SR-SPA-Modem, hier haben wir einen USB 2.0-Port, Anschluss für das Netzteil, hier WLAN, Bluetooth, ein Ausschalten, sowie ein Power-Button, Kopfhörer oben, und das war es auch schon, hinten haben wir eine Webcam, und vorne auch nochmal. Das ist mir gefällt, denn diese Buttons für eine Seite, mit denen man Lautstärke regeln kann, Fotosec machen kann, ein OK-Button für Menüs, Betriebssystem Windows 7, Home, Premium, kennen wir alles. Performance ist wie auf einem Network, nichts Besonderes, haben wir bei dem Z530 schon oft gesehen. Zu der Verarbeitung, alles Plastik, fühlt sich nicht ganz so hochwertig an, für den Preis würde ich mir eigentlich mehr wünschen. Ist dafür relativ leicht, kann man schon in der Hand halten, aber auch nicht für eine längere Zeit, ist aber bei keinem der 10 Zoll Tablets der Fall. Ja, das MSI Wimpad B100 auf der CeBet.